Warum seid ihr hier? Pokémon. Ich stehe hier auf dem Campus und neben mir befindet sich eine Pokémon-Arena. Die Spieler-App Pokémon GO ist erschienen und der Hype hat auch Göttingen erreicht. Wir haben mit Studenten geredet und sie gefragt, wie sie zu Pokémon und speziell zu Pokémon GO stehen. Spielst du Pokémon GO? Ja, natürlich. Ich habe es leider noch nicht gespielt, weil ich jetzt gerade in der Klausurenphase bin. Ich habe es gestern Abend gedownloadet und freue mich jetzt Samstagabend drauf, das mal auszutesten. Ich habe schon viele Stunden benutzt und viele Kilometer gelaufen. Hast du früher als Kind auch schon Pokémon gespielt? Ja, doch. Immer irgendwie auf dem Game Boy Color und Game Boy Advance und ja. Ja, ich habe einen großen Bruder und der hatte immer alle Spiele und von dem habe ich die dann immer geklaut. Genauso wie die Karten. Wo meinst du, wo kommt dieser Hype her? Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen, dass man auch damit rausgehen kann und dann hat man so seine Spots, man kann es mit Leuten zusammen machen und sowas. Ich glaube nicht, dass es ein unglaublich gutes Spiel ist, aber auch dadurch, dass so viele Leute spielen, hat man so ein bisschen so ein Socializing-Ding drin. Ich glaube einfach, dass Pokémon ja an sich schon in unserer Generation ein relativ großes Phänomen so war. Und dadurch, dass es jetzt halt quasi in der echten Welt geht und das jetzt auch so ein bisschen zum Sommer erscheint und man halt wirklich rausgehen kann und oft eh im Park sitzt oder irgendwo zu Fuß hingeht und das ist dann halt so. Nebenbei kann man das ganz gut spielen, glaube ich. Ich bin hier, weil hier super viele Pokémon unterwegs sind und ich habe heute angefangen Pokémon Go zu spielen und muss meinen Pokédex ein bisschen auffrischen. Warum Aphritu? Das ist eine gute Frage. Ich habe den heißen Tipp bekommen, dass hier super viel los ist und deswegen dachte ich, komme ich mal rüber und es ist ja tatsächlich super viel los. Und hier ist auch eindeutig mehr zu holen als in der BBK, wo ich eben noch saß. Es gibt solche Poké-Stops, die sind an bestimmten Denkmälern oder sowas. Wir sind hier auf einem Denkmal-Affritu, von daher sind hier vier Stück. Da kann man so einen Lockduft versprühen und dann kommen die Pokémon von alleine und das ist hier gerade vierfach passiert. Von daher wird man hier gut versorgt. Ich meine, ich habe früher schon Pokémon gespielt und ich habe tatsächlich auch nur diese erste Generation mit den ersten 150 gespielt. Und von daher ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen Kindheitserinnerung und dass man das alles nochmal durchleben kann und nochmal Kind sein kann. Ja, also ich glaube, früher in der Kindheit hat halt jeder Pokémon gespielt, so ungefähr. Also kann man echt, glaube ich, so sagen. Und es ist natürlich was Cooles, weil es ein Traum war von jedem, früher die Pokémon so in realen zu fangen. Und das hat sich jetzt halt verwirkend. Hier geht man halt rum. Jeder hat ein Handy vorm Gesicht, rennt rum. Man fragt die, wo war das Glumanda da hinten oder so. Und alle sind freundlich, alle wollen einem helfen, jeder hilft sich. Und ja, es ist einfach ein geiles Phänomen. Ich denke mal, dass dadurch, dass es schon in den USA früher gestartet ist, hat man das hier schon viel mehr mitbekommen. Und deswegen haben das jetzt auch direkt viel mehr runtergeladen. Ich denke, die Zeit war reif für solche Spiele. GPS ist weit genug und ja, wir sind eine Studentenstadt. Das geht hier schnell rum, solche Spiele. Und ja, wir sind einfach das Alter, das immer Pokémon gespielt hat. Zum Schluss, was ist dein Lieblings-Pokémon? Ich kann ja jetzt, man kann jetzt keine Standardantwort geben. Naja, ich glaube, ein Pikachu will halt nicht jeder fangen. Gengar. Voltila. Aber das gibt es leider erst in der zweiten Generation und im Moment ist leider erst die erste draußen. Also muss ich noch ein bisschen warten. Bulbasaur. Ich denke, ist mein Lieblings. Jigglypuff. Also, Humailove, glaube ich, ist auf Deutsch. Nee, ich glaube, ich habe gar kein richtiges Lieblings-Pokémon. Aber ich meine, wer mag nicht Pikachu? Doch, ich muss mit einem Standardantwort geben. Glurak. Gengar. Ich habe keins. Glumander. Ich habe immer noch einen kleinen Song-Bereich. Und jetzt drehe ich mich nicht mehr trivial, das ist. Ich habe mit einem anderen Song. Ich habe mit einem anderen Song-Bereich. Also, ich habe hier eineMeine Mümmung. Tüge machen. Untertitelung des ZDF, 2020